Guten Tag, hier ist Marc. Ich bin der Mensch hinter irgendwas mit Recht. Bei irgendwas mit Recht kommen spannende Menschen, die, ja ihr könnt es euch denken, irgendwas mit Recht machen, zu Wort. Der Podcast richtet sich an alle, die sich für das interessieren, was Juristen und Juristinnen beruflich machen. Das ist natürlich besonders spannend für Jurastudenten, Jurastudentinnen, Referendare, Referendarinnen und vielleicht auch diejenigen, die gerade in den ersten Berufsjahren sind. Wenn ihr schon weiter seid, könnt ihr hier spannende Kollegen kennenlernen. Es gibt öfters auch mal Stellenangebote, denn viele unserer Gäste suchen gerade Verstärkung, wenn sie mit uns einen Podcast aufnehmen, sodass es auch unter dem Gesichtspunkt Sinn machen kann, hier zuzuhören. Außerdem behalten wir die aktuellen Legal Tech Trends für euch im Blick und, ja, zeigen euch, was es dahingehend Neues gibt. Um up to date zu bleiben, abonniert den Podcast einfach. Das geht natürlich ganz einfach mit dem Smartphone und einer eigenen Podcast App. Viele bevorzugen Spotify, das geht auch. Alle Abomöglichkeiten findet ihr auf irgendwas mit Recht.de. Dort gibt es übrigens auch eine Übersicht aller bisherigen Gäste, falls ihr eine bestimmte Folge, beispielsweise mit einem Staatsanwalt oder was Legal Tech in der Großkanzlei bedeutet, einmal nachhören möchtet. Über euer Feedback freuen wir uns natürlich ebenso. Schreibt dahingehend gerne eine E-Mail an feedback-at-irgendwas-mit-recht.de. Ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit und nun viel Spaß. Tschüss. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und auch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.